so da ist ein creeper da hier ist nichts eigentlich könnte ich jetzt schlafen gehen nein super so jetzt dürfte aber eigentlich nichts mehr auf mich getriggert sein oder doch da ist eine scheißspinne scheiß drauf das eine glas tut uns nicht weh so immer noch nicht was soll denn das gut aber wir haben neuen gunpowder da wenigstens können wir uns ein bisschen noch tnt machen 1 2 3 4 und dann brauche ich 5 1 2 3 4 5 und ein super tolles tnt ich brauche mehr tnt und ich nehme mir vorsichtshalber noch ein paar bilden mit wollte ich sagen ein paar pfeile wie sieht es eigentlich mit meiner rüstung aus ja der helm ist fast weg dürfte 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 ja daneben geschossen das schöne ist hier drinnen die kommen ja nicht raus ja bekämpft euch selber idioten ich gehe mal kurz hier rein und fliege wieder raus so und tot wunderbar 5 ja dann können wir jetzt gerade noch ein tnt machen so gehen wir uns ein tnt machen ich lebe von der hand in mir und ey 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 so so dann haben wir hinter dem tnt ein bisschen halt voll gefressen was steht denn hier so rum da steht gerade nichts deswegen jalla jalla jabuk hüpf so dann rennen wir mal nach unten sprengen uns den weg frei so und abwärts lalala gucken hier ist nichts ja das ist halt der vorteil der nachteil an der neuen kann ich kein eisen mehr auf komisch so wir haben 44 ja das wird sich alles noch ändern so wie viel tnt 2 super höre ich jetzt überhaupt noch ja komisch so wie machen wir das ja oder nehmen wir das wieder hin und hier 1 2 3 4 ah der hat ok da bringt es auf definitiv nix dann gehen wir halt hier rein einmal das ist ein bisschen zuviel aber das ist auch nicht schlimm so so ja das passt so 2 4 ne 1 manchmal noch manchmal noch so boom so dann hätten wir hier das nehmen natürlich die ganze Kohle mit und oder ne machen wir erst mal das ganze Stein hier weg und lassen mal die Rohstoffe stehen weil die Steine gehen schneller vielleicht werde ich mir dann nachher noch die Dia Spitzhacke holen die ich mir ja in weiser Voraussicht mal auf die Seite gelegt habe ich mache jetzt erstmal hier das ganze Zeug das ist so ein Scheiße warum tue ich mir das bloß an ach ich hoffe jetzt um euch zu unterhalten nicht um mich zu unterhalten weil ich nichts zu tun habe nein um euch zu unterhalten meine Zuschauer so ich habe da mal alles aufgenommen jetzt gehen wir aber mal kurz hoch aber was wir machen ist ne wir holen uns nicht die Eisenkiste die Kiste und alles runter so das kommt rein das kommt wo ist das ganze Eisen hin ach da so was brauchen wir denn hier unten noch gerade nichts doch äh ne ne Kies kann ich das nicht machen ich mache mir mal zwei Öfen so dann legen wir mal das weg das auch holen uns das Bett und dann gehen wir da unten immer schlafen den Sand müsste ich eigentlich auch mitnehmen so gut ein bisschen Holz brauche ich auch noch den Kies können wir weg machen eigentlich das kommt weg das 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 kommt weg genau das Eisen dauert jetzt noch einen kleinen Moment wir gehen jetzt mal nach da unten wieder ist hier irgendwas ja komm weg so gut das lassen wir halt da unten mal sein ähm ich mache mir hier unten auch noch ein Crafting Table den werde ich mir dann mal hier hinstellen und die zwei Öfen hier hin weil ich möchte mir Glas machen und hier machen wir uns schauen wir mal was brauchen wir denn den Bogen nein den brauchen wir gerade nicht die Erde auch nicht eigentlich brauchen wir davon gerade gar nichts so welche Reihe habe ich abgebaut hier genau ähm ja wie gesagt jetzt bauen wir erstmal das ganze Stein ab pö gut ich muss jetzt mal schauen wie hoch wir effektiv eigentlich müssen das kommt eh weg ähm Fackeln die kommt wieder zu mir die kommt wieder zu mir das war gekonnt nicht gut wir machen uns einfach mal hier überall fackeln weil ich nicht weiß wie weit das mit dem ähm ähm ja nicht allzu weit so machen wir das hier alles mal weg weil dann machen wir ne mal Stein ist ja der geht ja nicht kaputt sooo dann haben wir hier die Rücke Vielen Dank.